Äh, nochmal. Hast du die Vorhabe? Hast du die Vorhabe benannt? Äh, ich habe... Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Die ist von... Nice Popcorn. So, na gut, aber da ist sie zumindest benannt. Ich hab sie jetzt gleich. Hier muss die, da! Hab dich! Oh ja, die zu fangen ist lustig. Ähm, so. Oh, sch... Nein, 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 nicht in die falsche Richtung. Hä, was ist denn jetzt los? Nein! Kacke, kacke, los, hinterher. Okay, ich hab die Turtle mal meine Truhe abgebaut. Okay, ähm, da kommt die Truhe, dann mach ich da hier die Truhe. Alter, komm mal, scheiße, ich ziehe nichts, ey, die baut jetzt hier alles ab. Also, ich warte jetzt einfach hier, bis sie vorbeikommt. Aber vielen witzig, Blicke dauert ein bisschen. Ich hoffe, dass nichts zu stich ist. Danke, Platz dafür. Funktioniert es auch mit Blättern? Ach, egal, ich brauch hier keine Blätter. Bei uns hinterher. Komm, ja. Also, ach, ähm... Ich werde die ganze Folge noch beschäftigt sein, als Mining Turtle hier zu machen. So unnötig. Hab ich auch schon gehabt. So, endlich, Alter. Oh, ich brauch mal einen größeren Baum, die sind alle so klein, ey. Oh, einen Auszalot, kann ich den auch austauschen? Yay, meine Abkunde. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich hoffe, man hört meinen Bruder nicht rumbrühen. Nein, bloßens. Scheiße. Mann, ich bin immer kurz. So, da bin ich. Ohne Aufnehmen auf dem Server. Die Klappe. Die Klappe. Die Klappe. Fängniss. Leute, Moment, aber dann hat er trotzdem noch meine Stimme gehört. Fuck. Ach nein. Ich hab vergessen. Tim, das ist so leise. Ach, nee. Jetzt hast du den Namen deines Bruders verraten. Ja, ey. Jetzt wird er nie wieder ein anonymes Leben führen können, weißt du? Flinn. Ey, die hat mich an. Die meine Tüttel, ey, die ist verrückt geworden. Ja, wenn du und ich jetzt was, was du abgeholt hast. Es sind, es ist so dunkel. Boah, ich hasse es, hier ist alles voller was er hat. Ach, nee, so, jetzt hier. So, ein Baum, will ich das machen. Der wird reist. So. So. Und ein bisschen davon. Uh. Ach so, das ist ein kompletter Baum. Egal, scheiße. Oh, genau, das hat genau gereicht. Mensch, das ist alles scheiße. Ah, Spinner. Hör auf. Nicht zu töten. Nein, ich ertrinker. Ich will nicht ertrinken. Ich bin zu sterben. Ich will aber, dass du ertrinkst. Geht's auch mit Wasser? Schade. Ich soll jetzt auch nicht schlecht wieder hochbauen, ey. Vorbereitet wie immer. Endlich in die richtige Richtung. Jetzt aufgehört. Not enough fuel. Ohne gebrauchen. So. Jetzt hier den Motor wieder setzen. Ich hoffe, meine farmt genug Kohle. Damit ich Aua. Behinderter. 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 Ich bin gestorben, Alter. Wann wer denn? Weiß ich nicht. Der neben mir. Cool. Der Typ. Ich weiß ja nicht, wie der heißt. Was ist das denn? Eine Badbox? Womit macht der die denn voll? Oh nein, ich will nicht ertrinken. Oh, scheiße. Ich will nicht ertrinken. Oh doch, fuel. Ich hab doch gerade... Hä? Wie mal ist eine Badbox voll? Das verstehe ich nicht. Was ist eine Badbox? Badbox. Eine Badbox ist eine Energiespeicher sozusagen. Achso, okay. Ich verstehe. Na dann ist er. Gut. Ich dachte, hä? Also, kann er die auch mitnehmen oder wie? Nee, eigentlich nicht. Okay. Soweit ich weiß nicht. Okay. Ich bring dir deinen Zauberstopp gleich wieder. Ja. Du hast noch kein Jetpack, ne? Hm? Du hast noch kein Jetpack, oder? Nee. Jetzt musst du dich hier hochbauen, ey. Scheiße. Aber ich hab ja irgendwo ne Treppe geholfen. Gucken, ob ich die finde. Oh ja, ich hab zwölf Minuten dafür gebraucht von meiner Turtle. E-P-I-A. Wenigstens hab ich es geschafft. Ach, genau. Kann ich endlich Farben gehen. Was ist denn das für wen der automatische Werkbank hier? Dauert mir zu lange. Aber nutzen sie überhaupt richtig so, dass sie auch automatisch arbeitet? Nee, ich mach das anders. Damit kannst du irgendeine Produktion vollautomatisieren. Ich weiß nicht mal welche, aber man kann's. Ah, ich werde beschossen. Jetzt hab ich wieder vergessen, was ich machen wollte. Boah, Alter, der ganze Kobbel-Scheiß. Alter. So. Wir haben uns später gut gebrauchen. Oh ja, das war's. Oh ja, das war's. Oh ja, Alter. Okay. Ich hab's schon wieder vergessen. Hey. Oh, fuck, ey. Ich hasse so ein Jetpack, Alter. Okay. Nee. Ach, hast du immer noch kein Project Heavy gemacht? Nur dafür brauchte ich doch das Holz. Du wohnst nirgends im Wald. Das ist wohl nicht so schwierig. Hab doch bestimmt alle schon Diamanten, oder? Na klar. Ja, ist nicht sehr ohne Diamanten. Ich hab mir keine Truhen gemacht. Und jetzt fällt das alles wieder raus. Fuck. Ne, also meistens mach ich mir die selber so. Mit Minimstone. Ich hab nicht mal ne Minim-Schere. So, jetzt brauch ich die Kiste, um die coolen Items da reinzumachen. Die sind nicht cool, die sind dumm. So, ich zeig ein paar davon. Ich bin auf deutsch und englisch. So. Option. Gleich hab ich meinen komischen Tisch hier. Also mehrere natürlich. Sackgasse. Fünf. Perfekt. Reicht. Ah scheiße, das heißt ja Tour. Tua. Warum sind die überall Sackgassen? Sag dir nicht. Ähm. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ähm. Maserator, oder? Ey, der hat ein Solarpanel außerhalb seines Grundstück. Ja, das dürfen wir aber nicht abmachen. Ich weiß. Also eigentlich schon, aber ich trau mich nicht, weil ich Angst hab, das ist kaputt. Wie wird denn der Maserator geschrieben? M-A-C-E-R-A-T-O-R. Mit C? Oh ja. Sonst hat das hier nicht übersetzt. So, da brauchen wir... ...einen Eisen. Okay. So, eine Kiste. Überlebe ich das? Überlebe ich das? Nein, machst du nicht. YOLO! Oh, ein Herz! Schade. Ja. 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 So, es wollte ich Silber. Leider steht in Kübra. Steckt Kübra. Ich verbräuchte dann 8 mal 1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 8. Ja. 2, 3, 3, 4, 5, 7, 8. 2, 3, 3, 3, 4, 5, 8. Ja. Boah, gut ist ja was da war. So ist es zu dir. Ja. Ähm. Pflasterstein und Electric Circle. So und wieder. Ah, ich hab zu wenig Copper-Cable, glaube ich. Ich hab auch kein Copper-Cable. Ah, ja. Die Probleme können wir nicht noch. Das war noch Zeit. Da war mal noch arm. Da könnte sich noch nichts machen. Copper. So. Da, jetzt können wir mal den Lava-Tank wieder anmachen. Lava-Tank? Ja. Ja. Äh. Richtig Schneekern. Oh ja. Aber ich muss das so... Irgendwann muss ich das alles noch unter Öl spauen. Ja. Ist alles wieder abgebaut. Oh my god, ey. Aber mein Grundstück wird langsam zu klein. Oh, da kommt schon ein besseres Zeug. Das ist trotzdem schön. Boah, jetzt kommt auch noch Erde. Ich glaub ich brauch ne zweite Turtle. Ich glaub ich mach zwei nebeneinander nächstes Mal. Also fast nebeneinander. Ähm, hast du... Hast du nur eine Kiste, wo das reinkommt, oder? Ne, ich hab Rohre nach oben auf dem Dach auf. Okay. So blöd bin ich nun auch wieder nicht, ja? Ich hoffe die Kiste reicht, aber eigentlich dürfte die reichen. So, Maschinenblock. Pflasterstein. Ich hab gar keinen Pflasterstein, glaub ich. Wie macht man den? Okay. So, ich würd sagen... Ach komm, einen. Machen wir noch. Ich brauch noch mehr. Yay. Einer geht noch. Eins, zwei, drei. Ähm, lalalala. Eins, zwei. Also wahrscheinlich eine Batterie zu viel. Ach, egal. So, machen wir jetzt noch zwei Stücke. Wer aber was können. So, zack. Dann brauch ich ein Generator, dann brauch ich Eisen. Ah, jo. So. Okay, also so war das, ja. Was? Redstone. Und brauch ich diese Kabel. Super. Oh, ist das Ganze wie WeFind Island? Ich hatte doch... Loll. Es ist egal, was ich für Kabel bei dem Mesurator-Dingsbums da... Ist egal, was ich für Copper Cable nehme. Und wie dick die Verschichtet sind, oder? Zum Craften oder zum... Äh... Ne, das, was da angegeben ist. Fuck. Äh... Hä? Willst du dich verarschen? Ich hab doch eben 27... Ach, das Ganze ist gleiche. Ähm... Schubididididu. Da machen wir jetzt mal Eisen, das Zeichen. Hat jemand Feuerstein? Hat jemand Feuerstein? Ah, hab selber. Gucken wie viele. Perfekt. Ja... Oh, zack. Bauch wie Feind Iron. Oh, ich muss die Augen unbedingt die Oberklocke abnehmen. Der ist doch einfach zu langer. Oberklocke abgeholt sind vorteuer. Äh, gar nicht. Oh, der braucht ja auch Strom, wahr? Nein. Super. Kann... Du musst den Generator machen. Mach den gerne weiter. Den kannst du erstmal powern, am Anfang. Da. Hier zwei rein. Hier vier rein, da. Ja. We find Iron. R.I. What do we? Iron Firmus. Ah, perfekt. Maschinenblock, Ofen und... Dann mach ich das. So, das sieht gut aus. Warte mal kurz, wie heißt das? So. Wenn ich Generator eingebe, ja? Wird mir so ziemlich alles gezeigt, plus der Generator. Ja, das ist immer so. Ja, weil das wahrscheinlich dafür benötigt. Ah, das weiß ich. Okay. Wie power ist den am besten im Generator? Oder. Cooler oder Lava-Zellen. Ach so, das ist ja super. Ähm, we find Iron. Braucht noch mehr. Wie viel Halt dann? Eins noch. So. Kopperscheiße. So, zack. Ja, Eba the Wii. Ah, die Musik erstmal extra eingeben, wa? Ach genau, das ist schon wieder Generator. Ja, ok. Ok. Mhm. Muss ich das machen. Muss ich unbedingt meine Kisten sortieren. Oh scheiße. Hat jemand einen Copper Cape für mich? Ja, ich hab leider gar nichts. Ja, kannst du weit kommen. Ah, super. Wieder den ganz weiten Weg. Der Weg ist so weit, ey. Ja, wir wollen ihn auch. Na gut. Du musst ja noch laufen. Wieso was? Ich baue da eine Eisenbahn hin. Äh, was muss da jetzt hin? Wir machen jetzt hin. So, meine Folge ist an dieser Stelle. So, meine Folge ist an dieser Stelle vorbei. Dann sag ich mal, haut rein. Eus. Du nimmst Folgen auch? Ja. So, dann geh ich kurz vom Server, dann mach ich direkt die nächste Aufnahme. So, ich denk mal, das jetzt funktioniert. Jetzt hoffentlich funktioniert das jetzt so. Hallo, hier ist wieder eine neue Folge von... Oh, mit dabei sind... Ich. Der Typ. Was geht's? Und du? Also ich bin der Typ und er ist der Typ, ja. Und du bist der Obertyp. Obertyp. Nein, du bist natürlich Lumpf. Oder Lumpf oder wie auch immer. Lumpf. Ja. Du bist der Typ. Ich kann deinen Namen nicht aussprechen, also du bist der Typ. Äh, ich brauch schon wieder Futter. Ich hab ein Brot. Ich kann rennen. Hier ist ein Creeper in die Luft gegangen, Halk, der jetzt sehen. So, scheiß Lava kommt da nicht an. Hat jemand Lava, den, äh, die er wegschmeißen will, aber mir geben will? Lava? Ja, ich brauch Lava. Was lavast du? Ich brauch doch mehr als ein Copper Cable, wenn ich gerade so... So, ich weiß ja nicht, ob's erlaubt ist, ne? Aber... Ich habe mir Lava von dieser aus der Mitte da genommen. Was? Aber das fällt nicht auf, dass da nichts fehlt. Also... Doch, das sieht man, dass da was fehlt. Nein, da fehlt er nicht. Ja, es fließt aber runter. Ja, ich hab mich gewundert, warum es so rum fließt. Äh, wie viel brauchst du jetzt Copper Cable? So viele, wie du, äh, entbehren kannst. Also so, dass es nicht an dir fehlt. Ja, ich hab jetzt... Ich brauch dir jetzt auf eine Vision nicht mehr. Danke. So, das ist jetzt noch mal 31. Oh, jetzt lass... Wolltest du mir auch Samen geben, aber ich lauf jetzt nicht noch mal zurück. Wer ist ein Hund, Welter? Warte, 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 bleib stehen. Bleib stehen. Oh, jetzt wird der noch lauter. Musst du den unbedingt rufen, ey. Ähm, was wolltest du jetzt noch normales sagen? Das Problem ist, der bellt nur... Entschuldigung, es tut mir echt leid. Er bellt nur weil? Weil meine Oma da ist und die gibt ihm immer so viel Leckerli. Ja, ich beende mal kurz meine Folge und warte bis er ruhig ist.